Der Film ist eine künstlerische Ausdrucksform, die direkt aus der industriellen Revolution hervorgegangen ist. Und auch der Roboter kommt direkt aus der industriellen Revolution. Beide haben sich parallel entwickelt und sich immer wieder gegenseitig beeinflusst. Ich finde es schon sehr spannend, dass zum Beispiel Georges Méliès, der als Vater des Films als Unterhaltungsmedium gilt, auch sehr viel in einem Bereich gearbeitet hat, der sozusagen der Vorgänger der Roboter war, nämlich mit mechanischen Puppen, mit Automaten. Er war ein Schüler des Zauberkünstlers Robert Houdin, der auch viele Automaten konstruierte und auf die Bühne brachte. Das waren also zwei Bereiche, die geradezu aufeinandertreffen mussten. Es ist interessant, dass in dem langen Jahrhundert seit der Findung des Films beide sich sozusagen gemeinsam entwickelt haben. Und heute stellt sich der Film als Kunstform viele Fragen über sein Wesen und seine Zukunft und gleichzeitig gibt es viele Fragen zur Robotik, zu ihren Auswirkungen auf die Menschheit. Eine parallele, sich gegenseitig befruchtende Entwicklung also. Astroboy hat natürlich einiges von Pinocchio, aber ohne die Fee. Ich glaube, davon gibt es gar nichts. Astroboy ist das reine Produkt der Wissenschaft. In der westlichen Welt wirft das natürlich sehr viel mehr Fragen auf und es dauerte auch länger, bis das hier angekommen ist, gerade im Kino. Weniger in den Comics oder in der Literatur, da ist sehr viel mehr möglich. Aber der Film muss immer ein möglichst breites Publikum ansprechen und da sind da eben auch die Ängste der breiten Masse. Entsprechend dauert es viel, viel länger, bis das hier bei uns angekommen ist. Gut, in den 80er Jahren sind zum Beispiel die Transformers aufgekommen. Das ist wohl das bekannteste, das sind außerirdische Roboterzivilisationen. Aber sind das wirklich noch Roboter? Sie sind Produkte einer Wissenschaft, aber die ist nicht unsere, nicht von dieser Erde. Der echte Roboter kommt von hier, von uns, deswegen ist er interessant. Wir haben ihn gemacht, der Mensch. Die Transformers, die wurden von etwas geschaffen, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, was es ist. Also doch wieder ein Märchen, doch wieder Magie. E.T. als Roboter sozusagen. Rom ist letztlich nicht weit weg von Italo-Calvinos Ritter, den es nicht gab. Der war ja eine leere Rüstung, also Zauberei. Also die Transformers oder auch Rom, das ist reine Kosmetik. Naja, nicht reine Kosmetik, das bringt schon die Entwicklung der Bildwelten, der Konografie voran, das ist auch wichtig. Aber das eigentliche Thema nicht. Astro Boy hingegen kommt eben nicht aus dem Weltraum, sondern von der Erde und das ist für mich absolut zentral. Amin!